Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, man hört meine Stimme. Ich habe mir mal gedacht, ich zeige euch mal, wo ich arbeite. Zurzeit machen wir für Mettowatt. Ich kann hier auch die ersten Bogen gleich mal rausholen. Weil die sind vom Anfang natürlich dunkler. Da werden wir das schon sehen. Take-away-Buggets machen wir. Hier ist meine Hand, die man unschwerter zu sehen kann. Damit ihr so einen kleinen Einblick habt, was sich hauptberuflich macht in der verarbeitenden Industrie. Für einige wird es bestimmt interessant sein. Ich habe mir einfach mal gedacht, dass ich mal ein Video machen kann. Hier oben kann man sehen. Jetzt machen wir ein Schub an. Und jetzt zieht er den Bogen. Ich will auch mal gucken. Hier alles Touchscreen. Jetzt bin ich gerade auf 3.155 Bogen die Stunde. Hier wird der Müll ausgebrochen. So, dass hier letztendlich hier hinten die Nutzen rausgekommen. Die Nutzen pack ich jetzt gleich. Ich bin Maschinenführer und packen wir gleich auf Palette drauf. Und die werden dann an einer anderen Maschine noch verklebt. Gehen dann zum Kunden, werden dann befüllt. Und ja, dann seht ihr die demnächst bei Netto. Im Laden. In der Kühltheke. In gut sortierten Kühltheke. Sagen wir mal so. Ja, das war's schon. Ich wollte nur mal zeigen, was ich so mache. Als kleine Entschädigung, dass ich immer noch kein Transport-Viva-Video zeigen kann. Dann würdest du noch ein bisschen warten. Also, bis dahin und ciao.